Die Leih hat jemanden kennengelernt. Ich freu mich für sie. Besser die Taube in der Hand als den Spatz auf dem Dach, die man bei uns nicht sagt. Die Max bitte wieder ab. Das kann ich nur unterschreiben. Das ist doch absurd, was? Absurd. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir sind. Nennst, wie sagt, nennt, wie spricht die, ich muss nach Hause. Das wurde ich in der Eurologen gesagt. 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 Ich mach ein bisschen. Du siehst so aus, als wenn du die gute Nachricht schon gelesen hättest. Was meinst du? Die Gegendarstellung im Heideecho. Das ist so. Das ist heute gefeuert. Das ist so schön. Endlich durfte sie es machen. Das ist so schön.